Als Heiko Richter wurde Andreas Elsholz bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zum Star. Doch auch nach GZSZ blieb der gebürtige Berliner der Schauspielerei treu. So lebt Andreas Elsholz heute. Andreas Elsholz bei Instagram als Heiko Richter ließ Andreas Elsholz in der Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten vier Jahre lang die Herzen tausender deutscher Frauen höher schlagen. Doch 1996 verließ der gebürtige Berliner die Seifenoper, um sich anderen Projekten zu widmen. Andreas Elsholz startete Karriere als GZSZ-Star und Sänger. Bereits während seiner Zeit bei GZSZ startete Andreas Elsholz seine Gesangskarriere. Zwei Alben hat der einstige Frauenschwarm damals veröffentlicht, Andreas Elsholz, das Album und Mit dir für immer. Doch der große Erfolg blieb aus. Mit seinem Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Ausstieg endet auch seine Musikkarriere. Es folgten diverse Filmengagements und Serienrollen. Unter anderem war Elsholz ein Feuer. Eisdosenbier, das Traumschiff und Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen zu sehen. Andreas Elsholz heute, von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ging es auf die Theaterbühne, doch seine große Leidenschaft sollte schließlich das Theater werden. 2017 stand er in Dresden für der Nanny, einem Theaterstück basierend auf der Schweighöfer Komödie von 2015, auf der Bühne. In Hannover wiederum war er in dem Theaterstück drei Mann in einem Boot zu sehen. Andreas Elsholz übernimmt Rolle in Serie Deichbullen, doch der frühere GZSZ-Star gönnte sich keine Pause. Zu seinen neuen Projekten zählt die Serie Deichbullen, die aktuell auf Amazon Prime als Stream zur Verfügung steht. In der Serie geht es um zwei ältere Hamburger Polizisten, die aus ihren Revieren in die norddeutsche Tiefebene versetzt werden. Elsholz hatte in Deichbullen eine Nebenrolle und verkörperte einen Fischer. Andreas Elsholz schließt Rückkehr zu GZSZ nicht aus für die GZSZ-Fans mit Sicherheit besonders interessant. Eine Rückkehr zu Gute Zeiten, schlechte Zeiten schließt der Schauspieler nicht aus. Sag niemals nie, das ist echt ein heißes Thema. Ich war ein Mann der ersten Stunde, der ersten Soap in Deutschland. Ich denke tatsächlich, dass das für viele Zuschauer spannend wäre, wenn da auf einmal Heiko Richter wieder auftauchen würde, erklärte Elsholz einmal im Bild-Interview. So verließ Andreas Elsholz alias Heiko Richter gute Zeiten, schlechte Zeiten. Heiko Richter täuschte seinen eigenen Tod vor, nachdem er unter Mordverdacht geriet. Vor den Augen seiner Eltern Vera und Clemens Richter und seiner Freundin Tina scheint er mit einem Kajak in einem Wildbach zu ertrinken. Später trifft Heiko sich aber mit Tina auf einem Flugplatz. Er will sich ins Ausland absetzen und verspricht, sich zu melden. Doch Tina sollte nie wieder etwas von Heiko hören. Andreas Elsholz privat verheiratet mit Frau Denise sich nicht nur beruflich öffnete GZSZ Andreas Elsholz viele Türen. Zudem hat der Berliner bei der Kultserie seine große Liebe gefunden. Seit 2001 ist er mit seiner Ex-Kollegin Denise sich verheiratet. Sie spielte sich selbst in der eigens für GZSZ gecasteten Band Just Friends. Das Paar lebt in Berlin und hat einen gemeinsamen Sohn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017